Die komischen Gestalten des Lötschenthal Angelebt wie im Hochsommer, dabei ist der Winter Aber was ist denn jetzt für eine? Die junge Frau mit dem Namen Valerie gscheuelt auch einmal in der Gegend umeinander Très belle, sehr schöne Gullissé Sie setzt sich, nimmt Schreiber und irgendetwas wie Suisse und verdammt das Malung Die ist in der Schuffel, da macht jetzt was genau Komm, wir gehen rüberziehen Kann ich euch helfen? Komm, wir gehen, das ist mir zu blöd Valerie hat kein Wort verstanden aber hat irgendetwas jetzt das Gefühl, dass etwas nicht stimmen kann und steht auf Wohin soll ich denn jetzt gehen? Sie läuft in der Gegend umeinander in Gass und Nah und sieht auf das Mal eine so komische Gestalten Ah! Was ist denn das? Also, daran gehen wir jetzt ganz sicher noch Valerie sieht, dass die Viecher ihr Atenten nachläufen und läuft ihr so schnell wie sie kann fort Hilfe! Was kann ich tun? Nach ein paar Tagen hat Valerie Uisa gefunden, dass das ja ganz normal ist und der so hartnäckig wie sie ist, hat sich wohl nur zu finden, was das ist Ich denke, es könnten Leute sein, die ihre Körper angewachsen lassen oder sind es Tiere, die nur ihr leben oder sind es überhaupt Tiere? Warum haben sie eine Glocke, die jeden wecken kann? Sind sie zu zämen? Ich habe bis jetzt noch wilde gesehen? Die Valerie hat ein paar gute Ideen gehabt, aber alle sind falsch und jetzt will sie wissen, was das ist Darüber geht sie zu einem Schnitzer, was sich mit dem Zieg weisskennt Sie tut vermutet, dass sie gehen Züchter Endlich findet sie Uisa, dass das Tschakata sind Sie merkt, dass sie ohne diesen speziellen Dialekt ja nichts kann Uisa finden Darum bittet sie zwei jungen Bursten, ihr zu helfen und so probiert sie, den Dialekt zu lernen Bonjour Nicht auf Französisch Ja, ist ja gut Du willst also unseren Dialekt lernen? Ja, gerne Ich verstehe sonst nichts Gut, fangen wir gleich an Sag mal, ich wohne in Zuvillers Ich wohne in Zuvillers Hm, sag einmal, wer heisst es denn du überhaupt? Und noch viel wichtiger, wer bist du überhaupt hierher gekommen? Ich heiße Valerie und bin über den Lötzspass ihr Ege gekommen Ich kann euch nicht so gut verstehen, aber würde doch gerne die Sprache lernen Gut, Lebswee, wir gehen's probieren Den Dialekt zu lernen ist aber mordschwer, musst du wissen Ich glaube, Udara Siehst du, ich kann es ja schon ein bisschen Also gut, Batiste Vielleicht können wir schon doch irgendein Zuvillerschen Dialekt lernen Aber das wird wirklich schwierig Gut, aber dann müssen wir jetzt anfangen Als erstes solltest du davon auch mal lernen, wie er mal Sali sagt Also, dann sag einmal Sali, wie geht's dir? Sali, wie geht's? Gerade fast, aber sag eben Von was will denn das kennen? Quoi? Was hast du gesagt? Er sagt dir, wofür du das können willst Oh, ich muss wissen, für was diese pelzigen Fücher sind Was? Sie meint auch die Chakate Ja, genau, das habe ich gemeint Merci Sie haben jetzt einen Schuss geprobt, ihren Dialekt beizubringen Es hat aber nicht viel gebraucht, außer dass sie den Batiste und den Beten jetzt besser versteht Die Valerie merkt bald, dass man einen wunderschönen Dialekt nicht kann lernen Aber ich ohne Dialekt hätte schon gesagt gefunden, was die Chakate sind In ihrer Buch notiert sie Chakate sind Leute, die sich mit einer selbst geschnitzten Maske und Fell verkleiden, um unerkannt in die Keller der anderen einzubrechen Dies tun sie, da die Leute auf der Schattenseite weniger gute Erden haben und es ihnen an Essen mangelt Zudem schmieren sie die Leute mit Russ Den wunderbaren Dialekt konnte ich nicht lernen, aber ich kenne schon viele neue Wörter wie Aradnascha, was so viel wie ein Rätsel bedeutet Der Besuch hier war definitiv Aradnascha Die Valerie ist sich darüber klar geworden, dass das letzte Tal wie ein eigenes Land ist und muss Jahre in der Messe verbringen, um alles außer zu finden Zudem ist der Dialekt auch so speziell, dass man ihn Gottes Namen einfach nicht lernen kann Zu dieser Erkenntnis kommt sie an einem Ort am Ende des Tal, was sich die Leute noch einmal von der besten Seite zeigt Fast tut es darauf weh, diesen Ort wieder zu verlassen Und in diesem Moment kommt sie ein Name für ins Tal zu ziehen Sie sagt mir Das magische Tal Werte Zuhörerinnen, werte Zuhörer und werte Walser Letztes war ein Hörspiel der zweiten Oas der letzten Gesprochen haben diese Rolle Kalbermatt und Karin als Valeri Janik Rittler als Peti Elia Ebener als Platist Maria Rieder als Oczerlerin und Maximilian Hansen und Luis Bellwald als Tontechniker Geräusch und Atmosphäre Janik Rittler und Elia Ebener Musik haben Maria Rieder und Kalbermatt und Karin gemacht Benjamin diesen Berliner gekommen ist natürlich ganz gut Immerhin Vielen Dank.